Liebe Freunde von Radio Horeb, wir erleben gerade dramatische Momente durch die Ukraine-Krise, alles was da passiert, das Leid dieser Menschen. Was können wir jetzt tun? Ich möchte Sie bitten, dass wir gemeinsam auf eine ganz christlich typische Art und Weise Solidarität üben. Lassen Sie uns gemeinsam das Gebet intensivieren. Beten wir gemeinsam für diese Menschen. Der Herr hat uns das Vertrauen geschenkt darin, dass er allmächtig ist. Wir können diesen Menschen durch unser Gebet helfen. Tun wir es auch. Auch das Fasten. Vielleicht auch finanzielle Hilfe, wenn es an der Zeit ist. Es gibt aber noch ein Mittel, das wir jeden Tag ganz intensiv einsetzen können. Und das ist die Stellvertretung. Halten wir Frieden in unserem Herzen, halten wir mit aller Kraft des Herrn Frieden, dann können wir auf diese Art und Weise ganz sicherlich dazu beitragen, dass auch in Ukraine oder wo auch immer der Frieden sich wieder ausbreitet. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Verzagen wir nicht, vertrauen wir auf den Herrn.